So, die Fußmatte ist halt real, so wie es halt muss. So, oh, das muss so. So, ich bin mal gespannt, wie das so klappt mit dem, äh, Dingens, wie ich es vorhabe, mit den Runterleinern von YouTube und dem Schneiden und sowas. So, ich bin mal gespannt, wenn es nicht klappt, gut, dann ist es halt in Hosen gegangen. Das ist mir jetzt aber dann egal. Was ist so verwirrend, wenn ich auf dem Rechtenbildschirm sehe, dass das normale Spiel, dann sehe ich Linkes Ops und dahinter sehe ich halt noch, äh, Dingens, ähm, den, den eigentlichen Stream. Das ist ultra verwirrend einfach, diese, ja, ja, du kannst, dann lade ich die, ähm, die Datei ganz einfach halt auf YouTube hoch, über, über Twitch. Und, äh, lade die dann über, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Programm heißt, ähm, und lade die dann wieder halt über das Programm runter, so gesehen, auf dem Rechner als eine Datei, die ich dann vernünftig schneiden kann, bei, bei Sony Vegas und so. Nee, warte, das hab ich so gemacht. Die Kohle muss natürlich weg hier. So stimmt das. Huch, die geht hier hin. Und hier. Richtig. Im Prinzip als komplette Datei, was ich dann schneiden kann. Hoffentlich. Aber ich bin da guter Ding, ich, ich, ich hab da, ich hab da Hoffnung, sagen wir mal so. So. Oh Gott, ist da ein weiter Weg. Oh, ich find diese Musik so, ultra beruhigend einfach. Aber gleich geht's richtig los, ey. Halt so, wie man Final Fantasy kennt. Du müsstest ja eh die Musik, äh, kennen. Du hast ja, glaub ich, auch Final Fantasy 7 gezockt, oder? Also will ich doch, äh, schwer hoffen. Und wie ist es bis jetzt, das Spiel? Im Übrigen, ich hab bei, äh, Twitter gelesen, mal gesehen. Ähm, es gibt da sogar, äh, Vault Bewohner, der tatsächlich Gregor Omkai ist. Finde ich geil. So. So. Ja, ne, jetzt gibt's noch was mit der Musik. Zwischendurch noch mal ein bisschen ruhiger. Habe ich meine von, gut, ich weiß es nicht, ob von, von Werk aus. Oder umgenehm ich, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde es total feiern, wenn es von Werk aus so wäre. Also wenn jetzt nicht so einfach benannt wurde. Dann müssen wir, glaub ich, nur noch Gregor Omkens und Sarraza und keine Ahnung rumrennen. Und Dagobert Bies. Gott. Kasse Boden verlegen. Äh, vielleicht mach mal eben und, äh, die Instruments. MC-Editor. Geht schneller, ja. Aber es ist Gameplay und so. Qualität. So. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich wöre... Na gut, da musst du auch, wenn der in der Vault ist, musst du aufpassen, ne? Weil dann geht's ganz rasch runter mit den Haarpflegeprodukten. Musst du ganz viel auf Vorrat kaufen. Oder besauchen. Und die schlechten Hütze, die gehen auch nach oben. Zzzzzz. So, gut, das ist der da. Und... Schmarrn. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Ähm... Nein. Schwarz-Eichenholz-Bretter. Richtig. Alle beschweren sich wegen schlechter Witze. Hab ich... Okay, da geht's einen rein. Hui. Oh Gott. Ich hasse so eine Arbeit. Oh, na ja. Ist ja in Hülle nur zwei Stiege. So, hier ist Ende. Okay, hier muss ich dann natürlich alles aus Stein machen. Oder sonst was. Boah, Alter. Ich glaube, ich muss die ganze Wand aus Stein machen dann. Erstmal mache ich das so, dass ich weiß, wo das ist. Und dann mal gucken, wann ich das mache. Weil das wird eine Menge Arbeit sein. Oder werden wir auch immer. So. Erstmal, dass hier die Brücke halfig steht. Huch, das war falsch. So. Zack. Und der kommt weg. Okay. Ja, das geht. Dann, wollen wir mal hier ausfüllen. Das geht jetzt nur einigermaßen schnell. Schnell flirkt. Fynnig schnell. Flur de Karoli. Was schlimm ist, ich habe noch keinen Timer gestellt. Nichts, aber ich, äh, orientiere mich einfach mal, ähm, an dem, den Twitch-Obs-Timer ins Bummins-Weißen-Gescheid, ne? Ding, 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 ding. So, habe ich die Welt auf? Es ist fertig. Fast fertig schon. Zack. So, und, so, und, so. So, kommt nichts. Och, komm schon, alter. Den so... Scheiß, zusammen und treffen. Ja, ich, ich weiß. Das ist, das ist... Das meinte ich ja mit der Obs-Zeit. Twitch. Obs. Tun. Gut. Sollte weniger saufen, bevor ich aufnehme, oder stream. Nichts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann mache ich die Laternen schon mal. Ja, im Fan. Nicht im Zweiten. Also hier. Also hier. Also hier. Also hier. Dann mache ich einmal gleich die, äh, die Nachtsichtrang weg. Einfach nur, um zu schauen, wie es hier mal aussieht. Ähm, da brauche ich Milz. So. Ja, das geht doch. Das geht doch mega fit. Gut, da unten sieht man halt ein bisschen Boden, aber lässt sich nicht verhindern. Ein bisschen leise. Okay. So. Müsste jetzt etwas leise sein. Hoffe ich mal. Ähm. So. Ich mache jetzt. Das wohl langweiligste, was man überhaupt machen kann. Ich mache jewand für dich. Oder komplett aus Stein. Oh Gott. Eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, aber weg muss. Okay. Jetzt, äh, besser. Oder immer noch etwas zu lauter. Ich mache mich mal ein bisschen lauter, wie auch immer. So. Zack, 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 zack. Oh, das ist so entzünd. Ich hasse das. Ich hasse das einfach. Okay. Die Wolle kommt weg. Da kommt Stein hin. Okay, Gott. Das fülle ich jetzt erstmal aus hier. Oh, das ist letztendlich. Ich hasse das. Aber egal. Letten muss. Was muss da ist? Ich hoffe, ich kneife dich irgendwie mit dem Auge oder so zu, weil die Lampe sehr, sehr hell ist. Oh, mein Gott. Da muss ich durch. So, Mist, aber. Hahaha. Idiot. Hat das iPad einfach in Segler gemacht? Ich will das feiern. Oh, ich habe ja schon fast geschafft, im Infektionszeichen. So. Ach so. Das ist natürlich auch jetzt nicht so geil. Soll ich erst dann machen? Ach, ist eigentlich scheißegal. Ja, das ist natürlich bitter. Und das ist natürlich schade, dass du da retten konntest. Oh, Gott. Aber ich glaube, ich habe es da gleich geschafft. Okay.